Jawoll, ich bin Firstbicker, das heißt wir müssen irgendwas spielen, was nicht Cat Wizard heißt. Wir können Genji spielen. Ich habe Bock auf Genji. Vielleicht kommen wir immer wieder ran an die guten alten Genji-Zeiten. Ich glaube, das ist ein bisschen Stiches. Was die alles in der Scheiße labern ist der Hammer. Wir werden ein neues Schicksal schmieden. 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 Hat ja mal von Tut und Blasen keine Ahnung der Kerl. Let's go. Ich hab keinen Bock mehr mit ihm zu diskutieren. Soll er machen. Folgt meinem Ruh! Taunt ist einfach BEST! Kate aus Taunt, Ragnaros taunt, Rexa taunt, Bär ist scheiße. Karaus 7 taunt. Easy. Die Skala der Karaus 7, der mal in der relativ offensiven Position steht. Oh mein Gott. Na gut, mit dem Line-Up werden wir das wahrscheinlich trotzdem verlieren. Mit dem beschissenen DD-Varian, ey. Ich krieg die Krise. Den muss ich muten, den Kerl. Der geht mir so heftig auf den Sack, ey. Was für ein Scheiß-Varian, ey. Ich hab wieder nicht geguckt, was dieses Porträt ist. Egal. Werde ich, glaub ich, auch nie gucken. Vielleicht mach ich's dann auch mal. Wenn wir Solo-Tank spielen und danach sieht's so aus, dann werden wir ein bisschen anders spielen. Wir fangen an in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, Kampf gehen los! Was geht da? Ja, geht Colossus. Ah, Mann ey. Mann, 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 Mann. Der einzig gute Pick ist jetzt tatsächlich der Cade Wizard. Oh, schade. Ich had grad ni Lec. Oh, personal dafür. Ja. Ich hab lang gewonnen. Ich hab dich leid. Das Gegenwunschst du? you. Das collective demon die Periode? Oh, das ist in Ordnung. Alles ganz grau. Die Signale werden aktiviert. Sie müssen sie kontrollieren. Die Signale sind aktiv. Übernehmen Sie die Kontrolle darüber. Die Signale sind aktiv. Zu schwind gemacht. So gut. So gut. So gut. So gut. So gut. Das reicht! Unzerreicht! What? Er hat sich gedashht. Was? Oh wow. Das war toll. Talent wählen. Töten! Absoluter Perfektion Oh my god Nein! Oh, ist denn das so lange? Lacka 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 Had Das war's für heute. Keiner gekommen, schade Ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen. Ohne Sie wäre ich jetzt bestimmt Zerkfutter So naiv ey, so naiv So naiv, so naiv Hä? Ich habe mir auch die Rekse Was sind denn das heute für Spiele? Entweder du gewinnst die Spiele ganz klar oder du verliest sie ganz klar. What the fuck, ey. Hm, so viel Stun haben die nicht. Es geht wieder los, die Signale fahren hoch. Puh, lol. Oh, die haben Vision, da liegt irgendeine Fackel. Hunger auf, laden. Schade. Oh, wohl. Schmeiß sie zur Strecke. Kleider hat Auerkirchen. Sein Tor! Der nahende Zerg-Schwarm ist genau genommen kleiner als der, der sich auf unseren Gegner zubewegt. Aber es ist immer noch ein nahender Zerg-Schwarm. Das ist einfach nur lächerlich. Es macht weder Spaß noch sonst irgendwas. Ja, ist nicht da als raus. Kann ich jetzt sichern, wir? Gute Arbeit. Schön, getötet. Pfff. Wir haben ein Spiel. Ich bin nur gemischt. richtig dummes spiel. das hat hart verloren und dieses spiel so hart gewonnen. das macht ja gar keinen bock ey. muss man nicht drüber reden und keine worte darüber verlieren. das gegner team war einfach miserabel.